Hallo Kevin. Was geht ab Chef? Die Frage ist, die wir uns ja alle stellen, vor allem ich glaube ich, und auch nachts und auch im Schlaf. Gehen wir jetzt noch mal hoch? Oh nein, fangen wir jetzt an. Oh mein Gott. Warte mal, du hast das gestern die ganze Zeit gesagt. Ich gehe mal auf die Mod-Seite. Wir gucken uns mal die Stats an. Scheiß auf die Stats, wir gehen jetzt hoch. Ich kann das schon. Der Schaden wird nochmal verdoppelt von Gegnern. Wenn wir noch eins höher gehen, das einzige was noch drüber ist, ist Nightmare-Difficulty, Bro. Das ist das einzige was drüber ist. Ich sag ehrlich, Bro, ich meine, sag mal, wie viele Storybosse haben wir jetzt noch? Sagen wir vier, fünf. Wie viele sind es? Zehn? Glaub vier. Okay, sagen wir vier. Bro, Redog wegen mir, ich kann hier auch zwölf Stunden jeden Tag sitzen und den Boss tryen. Ja komm, wir machen es jetzt hoch. Fuck it, ich werde es bereuen, ich werde es bereuen. Der Letzte, der war richtig, aber den werde ich bereuen. Den werde ich, hier, das ist der Greed. Aber keiner hat dich gebatet, Kevin, ne? Ich habe mich selber gebatet. Keiner im Chat hat gesagt, also bei mir hat auch keiner gesagt, dass wir es machen sollen. Ja, bei mir auch nicht. Du redest dir jetzt gerade selber ein, Alter. Guck mal, hier stehen ein paar Leute auf. Warte mal, was hatten wir hier letztes Mal gemacht? Holt mich mal ganz kurz ab, Bro. Warum sind wir noch mal hier gewesen? Für dich. Oh mein Gott! Ähm. Ja, alright. Wir holen einen Talisman für dich. Bin mal gespannt, ob wir das hier feiern werden mit dem neuen Damage. Sieht mir ganz witzig aus. Das schmeckt natürlich auch. Jeder Gegner ist einfach richtig Arbeit. Scheiße, Brüder. Das sieht irgendwie aus wie ein Bossfight. Oh. Okay, das ist unsere erste Challenge für heute, I guess. Achso, das habe ich. Okay, der haut rein. Alright, GG. Spinnt on. Haha. Haha. Gut, er hat dich geslammt. Du wurdest geslammt tankt. Ah, cool. Oh, wir können ihn runterlocken vor die Feuersäule. Ja, aber kommt der hier durch, der Fette? Oh ja? Ja? Nee? Oh, der ist stuck hier. Können wir den schießen einfach? Ja? Ja? Geil, blutig hinaus. Der wird ge... Der wird ge... Der wird ge... Oh. Digga, der wird ge-cheesed. Easy. Oh man, jetzt eine Range-Waffe, ne? Boah! 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 Yo! Boah! Oh mein Gott, Shell, was haben wir getan, Bro? Was haben wir getan? Na, den habe ich. Oh Gott. Okay, aber ich glaube, wir hätten den auch so geschafft. Du stackerst den halt schon krass. Du... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Du... Der kriegt immer so dieses noch weg. Sehr gerne, ja. Das ist schon sehr geil. Der ist halt immer so... Darauf geht quasi mein Bild, ne? Ja. Das ist schon sehr geil. Also das hier ist... Oh Gott. Ich finish mal. Nice. Schön, Bro. Boah, 50.000 bringt der. Aber... Auch verdient. Weil der ist jetzt noch so ein Bray, geil. Das ist derselbe, oder? Nein. Wait, das ist ein normales Mob einfach. Na klar. Digga, ich halte es jetzt erst, dass das dieser eine normale Gegnertyp hier ist. Hahaha. Oh mein Gott. Das ist crazy. Oh! So, jetzt kriegt er eine Packung, Alter. Boah, schön! Schön vermöbeln, die Drecksau. Ey, aber Retox, wir schaffen den. Wir schaffen den. Schön, Bro. Ja, den einem Mob, den schaffen wir, Mann. Hahaha. Okay, wer sind die, Alter? Okay, wir machen erst die Ads. Die gehen auf mich, glaube ich. Ja, okay. Okay, ich stagger die. Machen wir erst für die Hunde, oder was ist der Plan? Oh, fuck! Bist du tot? Der eine Hund ist fast down. Einer Hund ist down. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Den anderen Hund habe ich, ja. Let's go! Schön, Bro. Schön. Oh, wir staggeren gut rein. Nice! Den schaffen wir, den schaffen wir. Oh, jetzt komme ich. Schön, Bro. Ich komme nochmal. Boah, geil Bruder! Gleich müsste Blut-Damage kommen, oder kam er schon? Oh, 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 oh! Ich habe ihn gesnagert. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Und let's go! Schön, Bro! Ich komme wieder! Ich bin tot! Ok... Ey, du kannst ihn halt damit... Oh, 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 oh! Aber er kann doch irgendwie zaubern. Hö, was ist das? Keine Ahnung, ich hab ein bisschen Angst davor. Oh, 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 oh. Jo, okay. Aber der ist easy machbar. Ja, ja, den Schatten. Achtung ein bisschen auf Blut, ja? Blut ein bisschen runter stacken lassen auch. Achtung, Explosion. Das ist wieder Insektenstrahl. Okay, ja. Der ist auf dich diesmal. Ah, du kannst die Säule, da bleiben die stuck dann. Ja, ja, ich weiß. Okay, jetzt Konzentration. Komm du von hinten am besten wieder. Okay, das hat wieder den Aushuller gemacht. Insektenschwarm. Ich renne. Oh, der ist halt mich erwischt. Achtung, Blut. Bin tot. Okay, man darf sich wirklich nur healen, wenn man nicht Agro hat, Alter. Das ist so crazy. Okay, das hab ich gecheckt. Oh, sie macht zweimal. Sie macht dreimal die Rage Attack. Ja, eska, eska, eska. Ich bin glaub ich tot, ich glaub ich kann nichts retten. Block für dich. Okay, ich konnte retten. Den hat auch alles war knapp. Ja, ich hab einen Hund. Oh, nee, doch nicht. Ich muss nochmal heilen. Loben daumen. Hm, ja. Guck mal, schauen, was wird. Egal. Aber wenn diese Hunde haben auch irgendeine Art Charge Attack oder so. Die machen dann so drei bis untereinander, Bro. Wenn die kommt, ist auch one shot. Merkst du, dass ich hau einmal zu, treff, wenn's gut läuft, einen. Und dann verhör ich ihn in der Position für acht Stunden. Okay, macht so einen scheiß Insektensturm. Geht auf mich. Dodge das, ich dodge das. Ich hab ihn, ich kann ihn mal gerade backsteppen. Schellert recht. Sie ist scheiße. Oh, mach dir groß. Und ran. Fuck, 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 ich muss weg. Achtung, Bro. Alles gut. Den haben wir unter Kontrolle. War schön, Bro. Oh, er macht range. Ja, ich hab's noch überlegt. Ich konnte dingsen. Nice. Let's go. Feuer. Ja, und du hast jetzt deinen Talisman bekommen. Okay, sehr geil. Digga, 600.000 Seelen. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Boah. Geil, Chap. Ja. Nice. Wer hat eben geschrieben, dass wir falsch sind? Den bitte bannen. Ja, einfach mal so einen aktiven Permaband reindrücken. Oh, übrigens. Oh ja, ich weiß, was du sagen willst jetzt. Pass auf. Ich weiß, was du sagen willst. Apropos Band. Ich weiß, was du sagen willst. Gestern hat Kevin, nee, Kevin hat jetzt zwei Bosse, an denen wir lange saßen, einmal Raikard und Borealis Akut, weggemacht und ich war schon tot. Kevin hat gecarried. Wenn das nochmal passiert, werde ich jedes Mal, wenn das passiert, tausend Leute auf Twitter entblocken. Dafür habe ich ein Tool von Robin bekommen. Ja, ich habe vor drei, vier Jahren mal so eine Twitter Blockchain genutzt. Das ist quasi ein Tool, da wählt man drei, vier, fünf Accounts aus und alle Follower von denen werden geblockt. Das war damals diese Danny-Thematik. Ich weiß, das ist ein belastendes Thema. Für mich ist das auch ein alter Schuh, so das Gras drüber gewachsen. Ich bin da überhaupt nicht mehr, also juckt eigentlich mich nicht mehr so. Ich hege kein Groll mehr. Warum auch, ja. Deswegen, ich habe eh jetzt schon die letzten Wochen überlegt, wie man das irgendwie cool lösen kann und ich habe jetzt gedacht, komm, für jeden Boss, den Kevin alleine legt, entblock ich tausend Leute. Jedes Mal ein Prozent. Also, wenn ich respecke, ich würde auf Pyromancer respecken. Ja, also Feuermagier. Mhm. Und ich bräuchte dafür halt so ein, zwei Sachen noch. Und wäre das für dich, ist doch okay, oder? Dass wir in der Welt noch ein bisschen was zu erledigen haben, bevor wir jetzt einfach die Storybosse runterrennen. Mhm. Bei der hat richtig die Tabellen rausgeholt, wo perfekt ist. Alter, what the fuck. Bro, er one-shottet alles, what the fuck. Ja gut, aber also mein Bild würde eigentlich auch alles one-shotten. Okay, Frage. Ist das nicht zu OP wieder? Ey, du kannst jetzt gerade nicht ernsthaft gefragt haben, ob irgendein Bild zu OP ist, während du da deine Bowl machenst. Ich sehe das doch und ich höre es auch. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Na gut. Okay, jetzt holen wir uns den Ritual Sword Talisman. Den holen wir uns beide. Da machen wir jetzt zehn Prozent mehr Schaden, wenn wir full life sind. Was wir eh immer sind, weil wir uns immer vollheilen, weil wir sonst one-shot sind. Oh, das ist ehrlich geil, ja. Geil. Oh, ist hier ein Bossfall? Ja, ein heftiger. Okay, das ist der Job diesen Talisman, oder wie? Ja. Ah, das ist klar, dann mal rein in die Masse. Okay, jetzt sollte ich gut Schaden machen. Boah, ich habe auf jeden Fall Damage. Ich weiß nicht, wie viel er hat, aber... Ja. Das ist ja eng hier irgendwie. Ich bin gleich da. Also, du bist noch gar nicht da. Ich komme jetzt. 5000 Schaden mit einer Jump Attack. Okay. Ist es das, dass deine Hämmer so da... Ja. Hammer, dass deine Hammer so, ähm... Doppelt so viel Schaden einfach. Dass die so durchsichtig sind? Ja. Ja. Oh. Zählt das für die 1000 Subs? I don't know. Safe. Äh, für die 1000... Safe? Okay. Alright, es ist ja 1000 Leute entblockt. Let's go! Für die 1000... Chad, ihr könnt mit dabei sein. Blockierung erfolgreich... Yo! Oh, der rattert. Yo! Man, ich finde Programmieren so geil, Digga. Das ist so crazy, oder? Ja. Da habe ich das Studium einfach geschmissen, weil ich es nicht konnte. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, zwei Semester mit Kutscher, by the way. Mit Kutscher zusammen. Mein Beileid. Die drei Semester haben wir gemacht, und dann haben wir beide geschmissen, sind nach Berlin gezogen. Scheiß hoch, Bruder. Alles 4 League of Legends, Digga. Das ist... Ja, wirklich. Das ist crazy. For real. Wir sind dann einfach bei Freaks beide Praktikanten geworden und haben halt YouTube-Kanäle hochgezogen. Bruder, das ist crazy. Äh, hier steht in der Konsole, da ist jetzt deine Cam drüber, unblockt, 100 Accounts. 1.000. Äh, 1.000. Digga, let's go. Okay, let's go. Nächster Boss. Easy. Easy going. Easy going. Ich bin immer noch blockt. Ja, ich gebe mein Bestes, Chad. Ich gebe mein Bestes. Ich kann es nicht fassen, dass wir wirklich auf dem Schwierigkeitsgrad spielen, ey. Ah, wieder Nimbus 2.000. Ja, ich auch noch nicht so ganz, aber wir machen es anscheinend. Digga, das wird sich so geil anfühlen, wenn wir dann die nächsten Story-Bosse schaffen sollten. Was hoffentlich passieren wird. Auf. Oh nein, 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 das ist Slytherin. No, it's Kidditch. Und der Koffel. Digga, so tief bin ich nicht in der Lore, Bro. Ich habe schon wieder alles vergessen. Oder das Schnatz. Ich habe vor zwei oder drei Jahren, wann war das, Chad? Ich habe zum ersten Mal Harry Potter geguckt mit dem Chat. Was? Okay, das ist heftig. Also ich habe so Teil 1, 2, 3 Mal gesehen früher, aber konnte mich an nichts mehr erinnern. Und ich sage euch ehrlich, Chad, ich kann mich jetzt auch schon wieder an nichts mehr erinnern. Frag mich nach meiner Herr der Ringe Teil 1 Bewertung, bitte. Oh, was? Was hast du getan? Den habe ich, glaube ich, ich habe Herr der Ringe das erste Mal geguckt vor, auch vor drei Jahren oder so. Also das Ding ist, ich glaube, ich bin mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen. Ich dachte halt, dass quasi Teil 1, 2 und 3 eine abschließende Story haben. Und es war mehr so, als hätte man Teil 1 von, also im Sinne von Part 1 des Filmes geguckt. Verstehst du, was ich meine? So, nein, ich check's nicht, was laberst du. Ich bin auch mega abgedriftet übrigens. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, eventuell haben wir jetzt über das Problem. Einfach nur mal hinterepultieren, der Geist? Es war ein Misskling. Ich bin an meine Maus das zu tun gegangen. Digga, du erzählst irgendeine Scheiße über Herr der Ringe. Jetzt mal for real. Irgendeine dumme Scheiße. Die ganze Welt sieht das eh anders als du. Dann tappst du wieder ins Game und hittest den Dude, der mir die besten Feuerverzauberungen gibt. Ja, was, ja, sorry, sorry, I guess. Du kannst auch allgemein jetzt wieder so reden. Verlass das Gebiet, verlass das Gebiet. Okay, super, es geht noch alles. Okay, Penno 1 for quit. Also, was ich eigentlich sagen wollte, während der Pandemie, so, ne, hier bei Instinct 3, wir sind ein bisschen gewachsen, haben Leute angestellt, dies, das. Das, gerade bei mir auch im Team, auch viele junge Leute, so Anfang 20, weißt du. Und das waren so die ersten Menschen, die mir gesagt haben, sie kennen Herr der Ringe nicht. Einfach bei Nächste Generation, so, weißt du. Weil Herr der Ringe ist ja fucking old mittlerweile. War ja Anfang der 2000er. Und ich hab die mir dann irgendwann geschnappt, bei mir auf die Couch gesetzt. Und, weil die auch Bock drauf hatten natürlich, hab die nicht genötigt. Es waren keine Sektenaktionen. Safe, safe, safe. Und dann haben wir die drei Herr der Ringe Filme geguckt. Und, wie war es denn? Und die Hälfte ist einfach während des ersten Films mittags eingeschlafen. Wirklich. So relatable, so relatable. Was? Wir saßen beim dritten Film nur noch zum Zweiter. Alle anderen haben geratzt. Ich bin nicht alleine. Let's go. Ihr jungen Leute, ihr habt halt eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Tag Fliege. Ich weiß noch, wo Niklas, ich hab's mit Niklas und Dominik geguckt. Und Niklas meinte dann so, irgendwann am Ende des Teil 3, so mäßig, wie ich so diese eine Schlachter fand in Teil 1. Ich wusste gar nichts mehr, keine Ahnung, Bro. Wir haben dann irgendwann mal gestreamt. Mit wem war denn das? Ich hab mit irgendwem gestreamt. Und er meinte so, ja, Mann, das ist genauso wie die Herr der Ringe. Das war so zwei Wochen, nachdem wir diese Filme gemacht haben. Das ist genau wie ein Herr der Ringe, wo so Gundalf auf diesem Pferd da so über diesen Hügel drüber reitet. Und dann irgendwas, so einen Zauberspruch macht. Digga, ich konnte mich gar nicht dran erinnern, Bro. Keine fucking Ahnung. So, siehst du da hinten das Gebiet, Alter? Da kämpfen wir gleich. Oh nein, Flashbacks, Chad. Ich hab mit dem Boss, ich hab sieben Monate das Spiel nicht gespielt. Und Chad meinte, ich bin ein Versager, wenn ich Elden Ring nicht durchspiele. Und dann hab ich nach sieben Monaten Elden Ring nicht spielen, das Game wieder aufgenommen und hab hier gestartet beim Feuerriesen. Oh mein Gott. Und ich konnte gar nichts mehr, Bro. Ich wusste gar nicht mehr, wie es funktioniert. Lass mich ja mal hinsetzen. Aber die dreckige Scheiße lag nach drei Stunden. Was hab ich sagen? Ja, mal gucken, wie viele Stunden wir jetzt brauchen, Alter. Oh, so. Nächste Challenge. Endlich mal wieder was Anstrengendes, oder? Wurde mal wieder Zeit. So, wir können jetzt alle Timer starten. Ja, Kevin, da ist die fette Sau, ne? Hören wir mal dann an alle. Wir gehen auf die Hacken. Wir brechen ihm die Lenke um. Ankel Breaker, so wie in der NBA. Du schneidest die Achillessehne durch. Der muss einknicken. Nice. Wenn wir ihn down haben, dann geht's erst richtig los. Und dann einfach nur jeder, wie er kann, sag ich dir. Ah, fuck. Okay, warte, erst buffen und dann noch fährt? Warte, warte, wie ging das nochmal? Äh, wer intet? Warte, wer intet, was haben wir gesagt? Wer intet, stirbt oder so? Wer intet, muss leiden. Nein, wer intet, muss leiden. Sieg oder schubt, Sieg oder schubt, Sieg oder schubt. Ich glaube, Sieg oder Tod oder so haben wir gesagt. Boah, ist so eine Scheiße, ey. Wer intet, muss leiden. Alright, let's go. Wer hat das gemacht? Ja, okay, springen ging ich hier anscheinend nicht mehr. Konnte man da nicht drüberspringen? Äh, reinrollen musst du. Du bist ja fast... Ich dachte, man konnte mit dem Pferd auch drüberspringen. Ich glaube, es geht auch mit dem Pferd drüberspringen. Ja. Chef, wie sieht's mit dir aus? Hab 8000 Schaden gemacht. Jo, hab noch gar nicht mal seinen Fuß erreicht. Ich will jetzt aufsatteln und hinterher. Und noch body slam! Wow! Schön. Ja, also Bro hat auf jeden Fall gut HP und er verteilt auch auf jeden Fall gut Damage. Klinger, das ist... Der macht Cheatcode! Deine Füße sind in der Luft. Ich will an die Füße. Oh, komm. Schön an die Käse, Maukies. Ja, den hab ich nicht kommen sehen. Ja, ich muss bekennigsten mal lernen. Ich hatte, ich hab noch nicht so ganz wieder drin. Ich find diese Hammer sehen so, oder Hammer sehen so cool aus. Wenn du die, wenn du die darfst. Holy Shit. Acht! Acht Jahre später. Digga, vielleicht machst du den. Vielleicht machst du den. Ich hab nur noch eine Flas. Okay, aber crazy erster Try, Digga. Ja, gegen den Boss ist actually mein Bild halt ganz gut, glaube ich. Weil er mir sehr viel Zeit gibt. Um daneben zu schlagen. Ja, ja, ja. Digga, wirklich, ne? Er geht jedes Mal so, er geht halt so drei Millimeter weg, Junge. Ist das krass. Ist das krass. Guckt euch an, wie wenig da weg geht, Junge. Das sind 6000 Schaden jedes Mal. Ja, das war's. Schade. Boah, aber nice try. Nice try. Nice try. Ja, den schaffen wir, Bruder. Den schaffen wir. Ja. Boah, 10.000 Schaden mache ich mit Jump Attack. Eben mit dem Opener. Hast du irgendwas geändert zuletztes Mal? Naja, ich hab jetzt diese Ash of War. Oh, er haut zu. Jo, ich hab die Invincible Frames vom Pferd genutzt. Voila, das ist noch. Jo, hast du crazy genutzt, Digga. Let's go. Oh, ho, 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 ho. Kugel? Ich zünde die direkt. Okay. Ach, Digga hat mich noch getroffen. Ich geh einfach out of range hiervon. Oh nein, ich bin voll so. Ganz interessant. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, ich bin down. Wir haben das. Wir haben das. Belief, belief, belief. Okay, ich bin noch im Leben. Achtung, Bro. Ich muss noch mal heilen. Ah! Digga, damit hab ich nicht gerechnet, dass er das macht. Oh mein Gott. Fuck, Bro. Ich hätt vielleicht auch doppelt halten sollen. Vielleicht soll ich auch lieber für den Risky Fullsley gehen. Oh mein Gott. Aber erstes Mal, zweite Phase. Let's go. Schön, Bro. Vorhin hast du auch halbes Leben von dem alleine gemacht. Verinschaften ist nochmal. Return ist noch nicht over. Ist noch nicht over. So. Wenn ich jetzt einfinish, blockst du tausend Leute? Ja. So machen wir es. So machen wir es. Wenn du den alleine schaffst, block ich Simon Unge. Let's go. Let's go. So. Wie war das jetzt nochmal, Mann? Ich glaube, er legt sich jetzt öfter... Bro. Das ist doch nicht nötig. Chill halt. So unnötig. Das ist doch nicht nötig, Simon. Digga. Junge, Junge, Junge. Simon, wenn er einen Monat kein WoW spielt. Ja, wirklich, ey. Ja, genau. Jetzt hat er im Bauch so eine Fresse. Ja. Dass die alle auch disgusting sein müssen. Ja, und Sharingan auf ganzen Spanien. Keiner ist hübsch. Außer Millenia oder Millenia. Will mal hallo sagen und wünsche euch beiden uns dem Chat einen wunderschönen Tag. So, ich bin nochmal verreckt, Jurochili. Ja. Danke, ich war schon vor der Katze im Tod. Und habe gesagt, danke, dass ich nochmal gestorben bin. Gib mir dein Fuß, Keule. Bitte. Mann, versteck den doch nicht im Boden. Das ist so gottlos wie die Schaden, ne? Au, Chatman vielleicht auf die Hände. Ist das true? Ach, true. Ja. Irgendwas war da anders. Stimmt, man musste ja auf was anderes schlagen jetzt. Ja. Jetzt legt er sich nach vorne hin, right? Die Kugeln, Achtung. Oh no. Na, scheiße. Ich habe nur auf die Kugel geachtet und nicht darauf, dass er rollt. Aber crazy tribe. Ich finde es aber geil. So, ich habe das Gefühl, dass du durch das Projekt allein jetzt schon so viel besser geworden bist. Allein dieses Buffen ist jetzt voll drin und so bei dir. Das wäre so geil, wärst du jetzt gewanschottet worden. Ja, das stimmt. Ich glaube, bei Realtalk, wenn ich es nochmal spielen würde, ich würde es wieder ohne Buffs spielen. Okay. Mann, immer wenn ich hätte zuhauen können. Ey, wir machen alle Buffs an. Du scheiß Fettwann. Oh, ich habe die Invincible for Upgrades bekommen. Ja, jetzt nicht. Das mit Fettwanns meine ich jetzt nicht so. Aber ich habe gerade 10 Jahre gebuft. Siehst du, der Fuß geht runter und du kannst rollen. 10 Jahre gebuft, alles umsonst. Ja, nicht alles umsonst, aber er haut. Komm her, du Haufen Hundescheiße. Ach der, ich bin gerollt. Ich habe aber sowas von krank die Rolle gedrückt. Bro, Elden Ring hat ein ganz großes Problem, finde ich, wenn es um große Gegner oder um mehr als einen geht. Ich finde, das ist das Einzige, was wirklich, was mich einfach nervt. Das macht doch keinen Spaß. Das ist nicht dieses, yo, das bockt, ist es schwer. Das nervt einfach. Game ist schön. Ich finde, das sind Sachen, die wären mit Maus-Kreatur zweimal einfacher. Aber das liegt noch daran, dass ich einfach komplett inkompetent bin mit Controller. Ich weiß nicht, ob ich doch mal Rivers of Blood tryen sollte, aber es wird nicht so viel Scham sein. Doch, triggert die viel schneller. Ja, ja. Ja? Ist das so? Ja. Ich glaube, es ist gegen ihn worth, weil er so einen riesigen HP-Pool hat. Hey, dann mache ich das mal. Dann lass das kurz hochleveln. Ja, klar. Alright, wir switchen auf Rivers of Blood und try es nochmal. Gab es nicht mal einen Plan mit Gosskin Peeler? Ja, safe. Safe. Das wäre der beste Fight für die Waffe. Ich glaube, es gibt aber sogar was Besseres als Rivers of Blood, wenn du auf Lead gehen willst. Aber du hast halt das Rivers of Blood jetzt gerade. Hast du einen Fünfer? Oder wir leveln, ich weiß nicht, müssen wir jetzt gerade eh noch irgendwas für dich killen, Bro? Ja. Okay, perfekt. Dann nehme ich mir noch ein bisschen, äh, ein paar Seelen mit hier und da. Ja, genau. Hier oben ist ein Boss, der, äh, hat eine Waffe, die macht prozentualen Damage an Bossen. Die hole ich mir. Da oben bei der Mühle, Kevin, geht's ab. Du musst jetzt... Ich fick noch hier kurz die beiden. Äh, der Boss engaged mich schon. Ach, das ist ein Boss direkt? Ah, okay. Ja. Das ist witzig. Ja. Boah! Junge, let's go. Okay, komm, let's go. Wo ist er? Ist das der Boss hier? Ja. Oh, Latensep, passt bloß auf. Ich mach. Gab's nicht einen anderen Boss, der so war wie der? Nee, das ist ein Godskin-Dude, den wir treffen mal später im Doppel. Ja, genau, das meine ich, das meine ich. Bei Vokano-Männer haben wir den Stickerchen getroffen und jetzt den. Der Bro kommt mir Loki bekannt vor. Oh, den Tod. Oh, das könnten die tausend sein? Das könnten die tausend Entblockungen sein auf Twitter-Chat. Das ist die Attacke, die ich immer machen werde gegen Bossen. Digga, was? Droppt er die gleich, oder was? Ja, ja, genau. Holy. Okay, es werden, glaube ich, keine tausend Entblockungen. Schlechte Neuigkeiten. Unterschätzt das mal nicht? Oh, stark. Stark. Der stößt zu und... Oh, stark, Kevin. Stark, stark, stark. Ja, ich kenn doch die Attacke. Oh mein Gott, Kevin, das sieht aus wie ein Speedrunner grad. Ah, fuck, ich wusste es immer noch. Kommt, der Muppen. Ja, das war's. Sorry, chat, sorry, hab ich mich enttäuscht. My bad. Also, by God, mein Schaden ist crazy jetzt. Healing ist es halt, Alter. Ja, ich glaube, das ist ein Tod jetzt. Und deine Zauber heilen dich auch, oder wie? Habst du dich verschieben? Oh mein Gott, was das ist schade. Oh, schöner crit, schöner crit. Weg von ihm. Wow. Da kommt Freude auf, chat. Boah, schön, Bro. Ja, drauf, drauf, drauf. Oh mein Gott, schön. Du kannst komplett durchziehen. Schön, wie der Schmilz. Oh, ich hab die letzte nicht bekommen, leider. Ja, du kannst. Oh mein Gott, ich kann durchziehen. Perfekt. Ah, schade, dass er da wegjumpft. Nee, alles easy. Ah, da kam der Blut-Crit, glaub ich. Boah, der Blut-Proc. So, und jetzt ist es vorbei, Bro. Boah! Boah! Nice. Nice. Boah, 6-Water-Proc. Nice. So, wir sind wieder da, du fetter Bastard. Dann ficken wir mal rein. Achtung. Ich hab schon mal den ersten Anfangs-Crit genommen für... Es ist so viel Glück, weißt du? So ein Glücks-Thing. Warum trifft er mich? Okay. Wir sind wieder da, du Bastard. Penno 2024. Total. Bin tot? Bin tot. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Mein Damage ist aber viel besser, Bro. Das war ein Big-Upgrade. Oder? Also, Chad, ihr habt ihr ein bisschen draufgehalten? Mein Damage ist besser jetzt, oder? Wie viel Damage? Alter! Ist das dein Zauber, der da so reinknallt? Ja, 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 ja. Yo, mein Blut-Proc kam auch. Schön. Yo, yo! Aber Big-Schaden. Na, fuck. Hab ich's reingeschüttet. Das war sehr lustig, was wie du da weggeflogen bist. Einfach mit diesem, ah, fuck vorher. Das hat mich abgeholt, Digga. Ah, das ist mir ein bisschen zu stressig, hier. Wie geht's raus? Er drückt mich mit dem Fuß in die Flamme. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen da raus. Ich hab mich grad reingeschoben mit dem Fuß. Man muss hinterm Fuß bleiben, safe. Ey, dass wir seine scheiß Fußscheiße nicht abbekommen, das nervt mich. Wie viele Heilträger hast du am Ende noch, weißt du das? Null. Null? Ja. Ich muss mich erst mal einbauen. Crazy. Nein, ich muss meine Attacke lange durchziehen. Ah, okay, okay. Dauert die Sammeln-Cast-Zeit, oder was? Ja, ja, genau. Okay, check. Er ist bestimmt kitzelig. Ja, können wir mal ausprobieren. Dann können wir gleich mal ein kleines Kitzel-Bild bauen. Kann mal das Kitzel-Monster vorbeikommen. Das Kille-Monster. Ey, vielleicht ist es für mich sogar noch ein Ding, noch einen dritten Mana-Teil mitzunehmen, Alter. Ja, ja, safe. Oder du wechselst nach der zweiten Phase auf deine andere Waffe. Nee, macht keinen Sinn. Der Läger Junge, wirklich Stein-Utenpizza hier. Aber du machst krass Schaden, wirklich. Da einfach nah an seinen Fuß ran. Aber manchmal lässt er sich auf den Rücken fallen, musst du auch passen. Denk an Hände und Auge. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich bin gerade hinten an seinem Arsch. Ich dachte, ich mache lieber klar als gar nichts. Also, es ist auf jeden Fall einer der einfacheren Bosse, die ich in Erinnerung habe. Aber witzig gewesen, wenn ich jetzt geflischt. Aber ganz schön, disrespectful. Boah. Okay, aber den haben wir, den haben wir. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Damage ist viel besser jetzt, habe ich das Gefühl, oder? Ja, ja. Also, crazy viel besser. Hätte ich jetzt noch Hammer, das Red Cross, ne? Vielleicht, ja. Vielleicht musst du nochmal zurück. Nein, 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 alles gut. Ich muss mich jetzt einfach nur ein bisschen reingrooven. Und dann geht das. So. Warum so viel Leben? Let's go. Äh. Kevin, alles gut? Ja, wir müssen nochmal rein. Aber das ist der fünfte Try von uns. Oh mein Gott. Meine Community hat eine Wette gemacht. Ich glaube, wir sind die nächsten fünf Trys schaffen. Und das war der fünfte. Boah. Yo. Ja. Yo. 40.000 Damage. Roll doch raus, bitte. Äh. Ah, ich kann es nicht abbrechen. Oh, ich verbrauche die ganze Ausdauer bei der Dacke. Okay. Nice try. Oh ja, wenn wir beide jetzt, wenn wir beide einmal einen Run machen, wo wir beide nicht rein shitten, rasieren wir den Amenakoyon in den Arsch. Amenakoyon, Alter. Ja, okay. Ja, ja, du hast recht. So ziehen. Bro, wie dodged man das immer mit dem Pferd? Äh, spring einfach. Jo. Spring einfach, lol. Jo. Mein Pferd ist tot. Guck mal, wir haben ihm schon so viel gegeben. Ah, shit. Zweite Phase. Let's go! Geil! Geil, geil, geil. Ich hab's jetzt raus, wann ich immer die Attacke machen muss. Digga, das ist der Try, Kevin. Das ist nichts gelingt, Bro, aber danke. Und mein Blutdamage kam. Let's go! Okay, ich guck mir an, wo ein guter Spot wäre. An seinen Händen. An seinen Händen. Okay. Okay, mich hat's... Es kann sein, dass ich dauernd bin jetzt. Oh, ich reine weg, ich reine weg, das ist mir zu riskiert. Oh nein. Nein, ich bedaule, ich bedaule, ich bedaule. Ah. Ich schaffe den. Oh mein Gott, Hanno, du musst das carryen, Bro. Digga, diese Gottverdammten Meteor-Akt. Sieht man die aus dem Himmel, Digga? Diese Scheiß-Attacke. Ach, wenn der nicht doch an ihm dranbleiben soll. Ich glaube, na, macht ja keine, ne? Aber du hast das, Bro, du hast das. Du hast von uns den Mehr-Damage hier. Du kannst es wirklich schaffen, Bro. Konzentration. Schöne Dodges, schöne Dodges. Alles gut, alles gut. Schön locker runter-carryen. Na, wie... Nice. Oh, schön. Sehr gute Damage, Bro. Yo, yo, yo. 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 Yo, let's go. Du Fett... Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Einfach fucking let's go. Alter, gut gesaved. Gut, aber, Bro. G fucking G's, Digga. Ich habe jetzt 3,6 Millionen fucking Runen bekommen dadurch. Bro, in dem Moment, wo ich mit der Attacke in sein Auge komme, verbrennt sein Hodensack. Und er ist aufs Feuer. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich, ja. Oh mein Gott, Chad, das war ein wichtiger Boss. Das war ein Story-Boss. Jetzt gehen wir weiter in der Story. Oh shit, kannst du die Rüstung jetzt tragen? Wie findest du mein Outfit? Fresh. Aber kannst du... Ist das Heavy Row jetzt? Nee. Na, labber. Holy. Ich habe über viel Endurance geskillt vorhin und jetzt geht's ab. So, wir müssen hier mit... Digga, geil. ...äh, Maike sprechen, oder wie die heißt. Digga, Edeltalk einfach. Ja, ja, lass mal hinsetzen. Ja, also wir haben gerade hier diesen Feuer riesenweg gemacht. Jetzt sind wir hier. Ich kann nicht mit dir reden, du musst das alleine machen. Aber mach mich weiter, mach mich weiter. Weil ich setze mich so einfach dazu noch hier. Ich will, dass ich sie anfasse. Okay, ja gut. Weird. Yo. Die Wampe war doch so der Katzin rechts an der Seite, Digga. Bro. Oh mein Gott, wo sind wir? Oh, 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 oh. So, hier gibt es Schmiedesteine der übelsten Sorte. Ja, man, da hinten gibt es gleich direkt einen auf den Drachen, glaube ich. War das... Das erste Mal, wo ich hier war, habe ich versucht, in den Tornado zu springen, weil ich dachte, ey, vielleicht transportiert er einen. Das weiß ich noch. Und würdest du sagen, er hat sich transportiert? Ja. In den Himmel, Junge. Da möchte ich mich nochmal hier an der Stelle beschweren. Warum dürfen hier dann gleich andere Leute mit dem Pferd lang reiten, aber wir haben auf einmal keine Lizenz. Wo ist unsere Reitlizenz hier, Bro? What the fuck? Äh, yo. Äh, hello. Ja. Wie sieht's aus? Mir ist gerade so ein Kollege gespawnt. Wollen wir den, wollen wir den... Haben wir vor, den zu erlegen, oder? Alright. Yo. Äh, nee. Aber ich bin schon mal gestorben, auf jeden Fall. Was haben wir für einen Vorteil, wenn wir den legen? Es bringt nicht so viel, oder? Wir können eigentlich auf den Schrauben... Doch, der droppt einen Zehnerstein. Oh ja? Wir legen den, Bro. Aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Dark... Ja, ja. Aber ich weiß nicht mehr, Dark Samba Zehner oder normaler Smithing Stone Shed. Wisst ihr das? Den normalen Zehner, den brauchen wir nicht, Digga. Da können wir ehrlich drauf scheißen. Aber... Also, ich meine ja... Ey, no joke, als der Controller geplant wurde, ja? Wie haben sich die Leute vorgestellt, dass man gleichzeitig sprintet, läuft und sich dabei noch umdreht? Wie soll das gehen, Bro? Habe ich drei Hände, Digga? Was soll die Scheiße? So... Ja, jetzt kommt Gottskin Duo, Bro. Jetzt kommt mein wirklich least favorite Bossjet von mir. Also wirklich. Mit Abstand der Schlimmste. Hier ist Goldene Runde 11. Geil. Uh. Da will ich noch mal zurück. Ja, die Berliner auch. Ja, Classic. Ich würde, äh, ich hab mir das abgewinnt früher, weil mir das, weil mir das, das hat mich so abgefuckt. Oh, die sind krass, die Dudes. Aber wir sollten die staggern. Ich sollte die sogar umschmeißen. Genau. Oh, ja, okay. Ja, er hat mich. Ja, ja, die Attacke ist es. Die haut deinen Vanilla One-Shot weg. Ich will gar nicht wissen, was sie hier macht, Alter. Fuck! Oh. Hier ist noch einer. Mega chillig. Ja, deswegen sollten wir die unbedingt machen. Doch, Digga. Okay, wir teilen uns. Junge, lass mich doch kurz mal healen, du Hund, Alter. Keine Manieren. Real Talk. Ey, die machen so viel Schaden. Das ist so kranke Scheiße. Digga, wie er delayed. Real Talk. Zwei Hits. Egal bei welchem Mob. Es kann legit eine Ratte sein. Ich bin tot. Ja. Same. Deswegen lass einen am anderen machen und nicht durchrennen. Weißt du, was ich meine? Es ist so spielig. Dark Souls mit Glücksrad. Er ist einfach schlimmer als der Feuerriese. Oh, der Real Talk. Real Talk. Er ist schlimmer als der Feuerriese. Oh mein Gott. Das war gerade God Gaming Moment. Oh, das nicht so. Ja. Oh, da ist so ein Lattengriff wieder. Oh, Digga. Ey, Junge. Bro. Meine Hose hängt noch im Stuhl fest, Bro. Ich bin noch nicht mal gespawnt, Alter. Ja, Tani, mach den Boss-Timer auf. Komm, mach ihn. Aktueller Boss. 0,0 Sekunden. Komm, Abfahrt. Digga. Mir hängt auch noch Stuhl in der Hose. 10 Millionen Boys. Ich habe nicht beendet. Das Leiden, Kevin. Bitte. Ich kann nicht mehr. Jetzt speit der schon Feuer. Jetzt hat der auch noch ein Funwarebau. Digga. Sorry, Elon Musk. Alter. Komm, hol gleich noch ein Fessler raus. Ich werde legit gespawntet. Digga. Oh, mein Gott. Lebt der immer noch? Oder seine Leiche kommt hier runter. Ja, komm. Okay, ich wechsle die Waffe. Ich wechsle sowas von die Waffe, Alter. Oder? Vor allem jetzt kommen noch drei von den Dudes, glaube ich. Oh, da ist einer. Der hat zum Glück eine andere Waffe. Wisst ihr, welche Waffe auch geil wäre für Kevin? Der fucking Drill. Ich prügele ihn so die Treppe runter, Alter. Wow, Reel, das ist die einzige Möglichkeit, wenn ich rangehe, er gibt mir direkt Hits. Oh, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Ich habe für Gott's gehen wohl kein Mann mehr. Okay, ist nicht komplett runtergefallen. Gibt es noch mal eine Asche? Es gibt auch noch mal eine... Wir können uns noch mal irgendwo, können wir uns noch mal hinsetzen, oder? Es gab noch mal so ein Checkpoint so um die Ecke irgendwo. Es gibt irgendeine Abkürzung. Ja, 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 hundertprozentig. Okay, ich lebe. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Ja, du kleiner Hund. Bei der Gnade hinter euch runterspringen? Ja, 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 irgendwie sowas, irgendwie sowas. Anyway, wollen wir die Treppe runter? Mhm. Da liegt noch ein schmackhaftes Item. Ciao. Ey, war ein guter Versuch, aber du kennst ja jetzt den Weg. Uah! Jo, die D war auch von dir ein guter Try. Okay, aber... Chad, wo ist jetzt hier die scheiß Gnade, Junge? Ich verlieb' mich, ich verlieb' mich! Äh, doch, ich verlieb' mich! Ich kann doch alles nicht mehr! Ich kann's nicht mehr, ich kann's nicht mehr! Ich kann es nicht mehr! Kevin, ich hab die Gnade, du kannst her teleportieren. Oh mein Gott, danke, Bruder. Noch nie so gute Neuigkeiten bekommen. Warte, warte, warte. Ist hier ein Boss raus? Äh, ja. Ja. All right, liebte Gentlemen, wir kommen jetzt nach dem nervigsten Gebiet, zum nervigsten Boss, den es gibt. So goddamn motherfucking true. Let's go. Ja, let's färts. Good luck, Bruder. Ah ja, crazy Damage. Bin tot? Jo, GG, guter Try. Ich nehm' die andere Waffe. Die zwei machen viel zu viel Druck, als dass ich Zeit hätte, die L2 zu spammen. Du kannst aber vielleicht, wenn du die so an, ähm, an so'n Pillar kreitest. Ja, wenn beide dich fokussen und dann schön in den Arsch rein. Ja, oder an so'n Pillar hier, zum Beispiel hier so. Ja, true, dass ich hinterm Pillar stehe und die zünde. Ich würd's mal try, weil der Damage, also, wir brauchen Schaden, Bruder. Sag ich dir so, wie's ist, weil das, also... Easy Points. Schön, dass ihr alle beliebt! Ja, 95 Damage, crazy. Also, Bruder, ich mach' gar keinen. Also, wirklich diesen Zero-Schaden. Also, durch die Säule hauen die auch. Aber ich muss einfach, ich glaub', ich muss einfach ne' Attacke abwarten. Ich komm' ja da noch nicht durch. Alter, ich mach' gar... Bro, ich mach' legit' null Schaden, Bro. Doch, doch, sobald Blood-Ding ist. Oder sind die... Ich guck' die... Ich check' die mal kurz aus, wo die wohnen. Fahr' mal zu denen nach Hause. Mach' mal' ein kleines Interview mit denen. Nur damit jetzt wisst ihr, ihr verfickten Bastard. Ihr seid das letzte Stück Scheiße, alright? Wenn ich eine Sache remove'n könnte in diesem Scheiß-Game, würd' ich euch remove'n, nur, dass ihr's wisst, okay? Ihr wart eins davor, nicht releas'd zu werden, weil ihr so scheiße seid. Diese gottlosen, Alter, wirklich, das ist das Schlechteste, was Elden Ring je gesehen hat, what the fuck. Diese gottlosen, aber es ist doch Godskin Duo. Also, ich hab' mal... Elden, das ist nicht das, was ich gerade brauch'. Ich hab' mal nachgeschaut, also, die sind ihm, ähm, anfällig für Bleed. Jo, geil, hab' ich gemerkt. Haben wir den Dick nicht damals Kapitän Schnitzel genannt? Kann sein, ja, kann sein. Kapitän Schnitzel, Digga. Digga, warum diese Uhrzeit noch so ein Input? Ich kann das nicht handeln, Kapitän Schnitzel. Wer ist denn der andere, Alter? Kapitän Spargel? Käpt'n Spargel? Digga. Ist das alles Kacke, Digga, wirklich? Ist das scheiße? Lass rein da jetzt. Nö, das ist klar. Also, ich hab' ja meinen Bleed Schaden gesehen, das war' vielleicht 1000 oder so. Also, ich bin wirklich... Bro, mein Schad ist ein Zero. Okay, ich check' nochmal ab, wo die wohnen. Ich glaube schon, bro, ich mach' gar keinen Schaden. Also, Reetop, mein Schaden ist null. Ich sag' ehrlich, ich glaub' selbst mit Sleep Hots wär's tricky. Das Ding ist, was man halt sagen muss, oder? Wir befinden uns bei beiden von denen grad in der ersten Phase, ja? Da gibt's noch eine sehr lustige zweite Phase und die Respawn. Also, wirklich, also... Top, Digga. Es gibt dieses Schwert. Mhm. Und dieses Schwert hat geringe Anforderungen, wie du hier siehst. Sollten wir hitten. Ähm, was das Schwert einfach nur macht, es macht Sleep Build Up. Oh. Also, ähnlich wie Blood Build Up. Und so nach... Bei Vanilla sind... Äh, ist ein so'n Gottskin-Bastard, nach fünf Schlägen pennt der ein. Und dann gehen wir einfach in den Boss Fight. Vielleicht rasieren wir beide ein, direkt weg, dass der einpennt. Ja. Ne? Weil wir ja doppelt so viele Hits machen, so. Und dann rennen wir zum anderen. Und dann switchen wir auf unsere dicken Geräte. Weil das Schwert wiegt halt auch nur drei Kilogramm. Ja. Okay, ich glaube, das hier ist es, oder? Ne, wir müssen irgendwo rein. Hier, hier geht's rein. Ah. Ja, moin. Steck hier mal einen rein. Einmal aufmachen, Vati. Oh, schön. So, und da kommt wieder FPS Gamer Mode 1 ins Spiel. Weil hier wird's jetzt wieder ein bisschen dunkel. Alright. Das ist es, oder? Das ist es. Oh, shit. Jetzt geht's ans Eingemachte. Okay, let's go. Alright, Bruder. Auf ein neues. Erster Try. Ja, guck mal. Ja, der Schlanke hat Bock. Ne, ne, lass sie erst mal kommen. Lass sie erst mal kommen. Nicht in die Ecke. Komm mal zu mir. Alles cool, alles cool. So, wir lassen die erst mal durch den Raum tapern. Gucken, wer sich wie bewegt, ja? Okay. Lass auf den Schlanken. Der ist gerade da ganz gut so rechts an den Säulen. Ich versuch's mal. Ich komme hier von der anderen Seite. Von hier. Ja, 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 ja. Bin tot. Okay, start. Hey, das ist so bodenlos, wirklich. Ja, ich glaube, wir machen es so, dass einer hinter der Säule ist. Muss man eben einfach normale Hits geben? Was ist der Plan? Ja, 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 normale Hits. Okay, und dann nach einer bestimmten Zeit schlägt der ein. Ja. Bisher haben wir halt noch keinen einzigen gelandet, glaube ich. Weil das Schwert halt auch scheiße kurz ist. Digga, das ist ja ultra schwer, what the fuck. Ja, gut, jetzt bist du halt auch alleine. Aber guck mal, wenn einer so hinter der Säule steht und nichts machen kann, der pennt. Der pennt. Nicht anhauen. Der pennt. Okay. Geil. Okay, so müssen wir es machen. Okay. Loll, der steht ja instant auf. Ach, du Scheiße. What? Das ist nicht normal, oder? Ich habe ihn halt noch einmal gehittet, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe ihn noch auf letzten Drücken noch einmal gehittet. Ich weiß nicht, ob das das unterbrochen hat. Ich versuche mal nochmal. Legstens den Sleep nochmal zu können. Vielleicht hast du ihn noch aus Versehen aufgeweckt, als du ihn nochmal gehauen hast. Weißt du, dass er direkt wieder aufgestanden ist. Ja, genau. Sind die beiden nicht Resistenz gegen Schlaf? Nee, das ist deren Weakness. Ja, die 60% Resistenz, die sind es vielleicht auch. Ey, weil jemand meinte Crazy Damage. Deswegen ist die Waffe, die ich gerade habe, die ist nicht für Damage. Die macht legit null Damage. Die ist nur fürs Einschläfern. Also wir wollen ja nur damit einschläfern und dann zwischenzu der Damage-Waffe und dann Damage machen, you know? Ich habe ja noch nie Sleep gemacht. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Okay, er steht, er steht, er steht, oder? Ja. Okay, ich mach mal nicht. Wir machen einfach nichts. Wie lange pennt der? Oh Gott, Blast, du hast ihn rausgedamaged. Der pennt übelst lange. Okay, geil. Okay, dann würde ich es vorschlagen, einfach Resetten, oder? Let's go. Okay, das ist echt schon eine Viable Strat dann. Nice. Und dann gehen wir einfach auf den anderen. Und dann, genau. Und nochmal. Geil. Ja, und das müssen wir halt 10.000 Mal machen. Guckt euch die Damage an. Guckt euch die Damage an. Digga, das war eine Full-on L2-3er-Kombo, Digga. Ja, aber du warst halt nicht gebufft, ne? Oh, ja, Bro. Aber trotzdem. What the fuck? ARD hat gerade meinen Channel geschrieben. Digga, bei mir auch letztens. Bro, ist das der echte ARD-Account? Ja, ja, war bei mir letztens auch. What the fuck, Bro? So, der Channel hat reingeschrieben. Viel Erfolg. Godskin, du, hat mein Leben gefickt. Bro, das hat ARD. Das hat ARD geschrieben, Bro. Digga, ich glaube, du wirst nicht auf deinem privaten Account, Dog. Digga, das dauert über lange manchmal. Ja, meine Pend, meine Pend, meine Pend. Geil, dann kommst du jetzt zu mir. Ich gebe ihm mal direkt... Warte, ich hau mal direkt L2 rein für Dings. Der Pend auch. Der Pend auch. Okay, wir gehen auf den Dicken, ja? Warte, ich buffe mich erst mal. Ja, ich auch. Sag, wenn du ready bist. Bist du ready? Ja. Let's go. Okay, und nochmal. Du gehst... Wir versuchen den jetzt wieder einzupennen. Der andere schläft noch. Jetzt wieder das Schlafschwert, ne? Geil wäre, wenn wir den jetzt nochmal einschlafen könnten und dann auf den anderen switchen. Ich hab ein Auge, ich hab ein Auge... Checkst du, dass wir immer hin und her wechseln? Das wäre crazy. Nee, wir sollten erstmal einen versuchen, komplett rauszunehmen. Ich finde, weil der andere läuft doch gleich der Countdown ab, Bro. Ich mach E2. Der andere pennt immer noch. Er steht, er steht, er steht. Okay, direkt drauf, oder? Let's go. Der andere ist aufgewacht. Das heißt, ich bleib beim Dicken. Oh, der macht Phase 2. Boah. Daran hab ich noch gar nicht gedacht, glaub ich. Okay, du gehst wieder auf den Jungen schon. Oh, der hat mir direkt auf den Jungen schon. Ja, ich geh wieder auf den... Seit wann kann der da drüber rollen? Man kann sich da irgendwie draufstellen. Ja, eigentlich schon. Ich glaub, ich war gerade ein bisschen anlockend. Aber war ein guter Try. Ja, so müssen wir es machen. Auf jeden Fall Progress, Bro. Aber überstarke Taktik. Ich sag dir ehrlich, Bro, und ich weiß nicht, was Trap denkt. Ich würd's so machen. Guck mal, gerade sind wir ja auf den gegangen und haben dann versucht, den Dicken nochmal einzuschläfern. Wir hätten dann auf den anderen switchen müssen, weil der wacht ja eh dann auf. Weißt du, wie ich meine? So, pass auf. Ich übertrag kurz Paint. Dicker. Ja, mach. Okay. Ich übertrag kurz Paint. Okay, okay, okay. Schau, schau, schau. Also, wir haben ja zwei Gegner. Einmal ihn. Ja. Und einmal ihn. Okay, so, pass auf. Wir bringen beide zum Einschlafen. So. Ne? So diesen hier. Zack, boom. Ich verstehe, ja. So, bis beide pennen. Boom, boom. So. Dann wacht der ja auf. Beide sind für eine Minute am Schlafen, wenn wir die nicht angreifen. Der hier wacht ja direkt auf, weil wir den angreifen. Ja, richtig. Dann bringen wir den wieder zum Einschlafen. Ja, das habe ich doch gesagt. Dann tickt die eine Minute von vorne los. Hier sind aber noch, sagen wir mal, 15 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, wir switchen zu dem und geben den direkt auf. Wir switchen den und dann bam, 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 weil dann wacht der eh auf. Dann schlagen wir den wieder quasi, dann ist das weg. Dann schlagen wir den wieder so lange runter, bis er wieder schläft. Und dann sind hier wieder 20 Sekunden und dann gehen wir wieder auf den. Ich habe verstanden. Alright. Finde ich gut. Gutes Strat. Hast ein bisschen mehr Schaden jetzt. Also, meiner schläft. Okay. Ja, meiner macht immer diese verteidigenden Flammen, deswegen. Achtung, dass du den jetzt nicht aufwachst, ne? Süchtiger, wie viel hält der aus? Ich gehe wieder rauf auf ihn. Wir haben den Wach auch nicht mehr. Wer schläft, der schläft, der schläft. Der schläft jetzt auf den dünnen, auf den dünnen. Er ist wieder aufgewacht. Er ist wieder aufgewacht. Er ist aufgewacht. Ich weiß nicht, wodurch. Ich weiß for real nicht, wodurch. Er schläft. Jetzt schläft er. Jetzt auf die dünnen, auf die dünnen. Er ist wieder aufgewacht, Bro. Das ist in Norway. Nein, nein, er pennt, er pennt. Nein, er pennt nicht, Bro. Der, der dünne, meine ich. Der dicke pennt. Was ist, wenn wir nur einen einschläfern und einfach auf den anderen drauf gehen? Ich meine, Realtalk, also den hier kriegen wir hin, ohne dass der schläft. Aber warum, warum wollen wir den jetzt gerade nicht schlafen bringen? Ich dachte, die Strat ist, dass wir sie beide einschläfern. Ja, ich dachte, dass wir einfach Damage machen jetzt. Ja, aber ich habe ihn jetzt locker schon sechsmal gehittet. Er würde schon lange pennt. Du musst unbedingt den Waff machen, Bro. Ja, nice. Jetzt auf den anderen. Jetzt switchen wir auf den anderen. Let's go, bist du ready? Ja, wir müssen. Ich habe keine Zeit zu buffen. Let's go. Und jetzt wieder direkt umswitchen. Ja, ich war ein bisschen zu greedy gerade. Achtung. Ich switch wieder auf das Dingschwert. Auch das ist einmal buffen, Bro. Sehr wichtig. Der Buff kommt hart. Ich hau den hinten rein. Dodge einfach nur. Okay. Er geht auf mich jetzt. Hast du Auge auf den anderen? Ich gehe nochmal auf den hier. Wir müssen den eigentlich gleich bekommen. Der andere schläft noch. Nice. Stopp, stopp, stopp. Jetzt auf den dünnen. Jetzt auf den dünnen. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Go, 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 go. Alles gut, alles gut. Perfekt. Alles gut. Nice. Schön, Bro. Jetzt wieder switchen. Was macht der? Ich weiß nicht. Zweite Phase, zweite Phase. Buff raushauen für Sleep Ding. Oh, fuck. Okay. Aber ist gut. Solid try. Solid try. Viertel. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Jetzt sind beide wieder da. Okay. Ich glaube, das war der crazyste try bis jetzt. Ich würde eine Sache anpassen. Das Ding ist, wenn der Dicke Half-Life ist und er in die zweite Phase geht, dann rollt er überall rum. Dann haben wir ein richtiges Problem. Ja. Deshalb, vielleicht ist es wirklich besser, nur auf den Dünn zu gehen und den Dicken immer nur einzuschläfern wieder. Ja, finde ich auch ein gutes Shirt. Ich wurde disconnected. Oh, okay. Machen wir neu auf. Äh, ja. Warte. Also, ich habe noch zwei, drei Ideen. Aber wir können, wir können das hier noch weiterprobieren, bis wir richtig gebrochen sind. Zeitüberschreitung bei Steam. Warte mal. Vielleicht muss ich einmal kurz wieder online kommen bei Steam. Also generell. Ich mache es mal makroskopisch. Entweder wir pfeilen noch am Sleep-Bild, sage ich mal. Das würde beinhalten, dass wir nochmal so ein bisschen revidieren oder überlegen, ob es jetzt Sleep-Arrows sind, Sleep-Pods oder eine andere Sleep-Waffe, was auch immer. Oder alles einfach, real top, vielleicht einfach alles. Oder alles. Und wir holen dir dann aber auch nochmal eine richtig, meinetwegen nimmst du auch einfach die Gläfe, du hast die ja auch. Und du skillst nochmal um, auch auf Faith. Könnten wir machen, dass wir beide dann richtig böllern. Dass wir beide den Kreis, den wirbel haben. Ja, ja, ja. Ja, würde gehen. Weil du hast ja alles dafür. Wir haben ja für mich alles gesammelt, also hast du es auch. Ja. So, das können wir machen. Oder, was auch noch ginge, es gibt so ein Dolch, der macht auf L2 ein Geschoss. Und wir könnten, diese beiden Bosse rennen einem nicht hinterher. Also die gehen ja ganz gemächlich. Das heißt, wir könnten immer die weghalten und diesen Dolch aktivieren, um dem prozentual Schaden machen. Geil. Immerhin geht das. So, wenn es jetzt wirklich nur danach geht, wie wir die beiden Wichser wegmachen, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns jetzt schön Sleeping Pots, du skillst um auf Faith und dann rasieren wir die gegen den Strich. Also wenn es wird, weil wir haben es jetzt, ich sag mal, ein bisschen ehrhafter versucht. Ja. Ja. Aber ihr seht ja, Leute, das ist insane. Und selbst, glaube ich, mit Sleeping Pots wird das übel anstrengend. Weil normalerweise One-Shot und man sie ja dann. Aber wir müssen es mehrmals machen. Die Pots scaleen anscheinend auch mit A-Kane. Vielleicht, okay, warte, vielleicht ist es dann aber eine Wave, dass ich die Pots, dass ich mein Bild gerade behalte. Der Fight gegen die Godskin-Doos, das ist halt ein Ressourcen-Fight, ne? Ja. Wir müssen so viel reinschmeißen, wie geht. Oder wir machen ganz schnell und holen dir tatsächlich die Reduvian-Dolche. Ja, das ist das Simpelste. Entscheid du, Bro. Du bist unser Cooking-Master. Ja, ja, ja. Aber dann lass mich auch gucken. Ich zweifle nicht rein. Wir machen das, was du sagst. Reduvian ist nicht das Stärkste für Bleed. Don't get me wrong. Aber es ist am simpelsten anzuwenden. Und die Range. Die Range ist es, Leute. Boah, das war lecker. Kevin kann einfach in Meppen-Süch stehen und ballern. Ja, klar. Also das Allerbeste wäre wirklich Dreizack vom Mock. Aber wir müssen dafür Mock töten, Leute. Ja. Wir versuchen gerade einen schweren Boss-Fight hinzukriegen. Ich glaube auch, wir sollten nicht einen schweren Boss-Fight machen, um einen schweren Boss-Fight zu fighten. Ja. Das ist stupid. Okay. Er inversiert. Ja, ja, da hinten ist er. Die Drecksau. Ja, dann, 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 dann komme ich. Ja, den habe ich schon mal gemacht. Okay, komm, den schaffen wir. Aber wir kriegen Verstärkung. Lass das safe machen. Ich habe gar keinen Bock, dass jetzt einer stirbt. Lass das safe machen. Ja, aber den schaffen wir. Real talk. Jetzt sollten wir Verstärkung bekommen. Ach nee, wir haben den Typen umgebracht. Der unsere Verstärkung ist ja dann voll drauf. Ich gebe ihm. Ja, schaffen wir doch easy. Wir sind so crazy OP gerade. Schön, Bro. Schön. Jetzt kriegen wir beide den Dolch. Ich droppe meinen für dich. Dann kannst du dual wielden. Ja, jetzt teleportieren wir uns zur Tafel. Yo, Schulk aus World of Warcraft einfach. Alright. Ja, let's go. Hier gibt es unterschiedliche Invades. Und wir müssen alle drei machen. Du musst dich da hin. Hier ist du Gold und Sub, Bro. Oh, sehr gut, Big. Und ich glaube, hier spawnen die irgendwo. Ja, immer so. Ja, jetzt kommen sie. Hier ist sie. Geil. Das ist sogar der weiße Maske-Typ. Ja, wir müssen alle kennen, Bro. Wir müssen alle kennen. Ja. Und ich weiß nicht, wann die kommen. Ich bin mega useless mit dem Dolchen, Bro, für das hier gerade. Ich glaube, ich swap kurz zurück. Nein, nein, nein. Für den Typ actually nicht. Ich lebe auch noch. Boah, ich weiß nicht, ob diese Dolche worth waren, Alter. What the fuck. Ich hoffe. Doch, doch. Doch, Mann. Du hast doch gesagt, du vertraust. Ja, tu ich. Ich vertraue, ich vertraue. Du meintest irgendwie, dass die eine Range-Attack hat, dieser Dolch. Wie macht man das? Ja, du benutzt die nicht mit L1, du benutzt L2. L2 ist eine Range-Attacke. Ja, benutze ich. Ah, das habe ich nur nicht gesehen, weil ich zu einer dran stand. Digga, das ist einfach Bleed-Proc auf Range. Das machst du die ganze Zeit beim Godskin-Duo, während die nicht rankommen. Weil die dumm wie scheiße sind und nur schleichen. Ja, okay, das ist crazy. Verstehst du das? Lass dich unten fighten. Ja, okay, ich komme. Weil dann kommt der nicht runter, wenn ich ein Wasser. Mach den vielleicht alleine, Bro. Du hast crazy Damage einfach. Du musst ihn da rankommen lassen, sonst... Ähm. Ja, ich glaube, wenn du von der Kante da L2 spendst... Soll ich mal try'n? Ja. Digga, dodged zweimal. Yo, züg. Digga, dodged alles perfekt. Jetzt haben wir ihn in der Ecke. Ja, sowas jetzt, hä? Okay, 1 von 3, let's go, haben wir. Start, Bruder. Jetzt weiter nach da hinten. Ja, Invasion kommt, aber die Hunde sind nicht getriggert worden hier hinten. Ja, lass weg, lass weg. Hier hinten, hier hinten, Bro. Ja, ja, wir ziehen den einfach nach hier ganz hinten. Okay? Ganz entspannt. Ja, wir machen erstmal Abstand. Ja, hier ist gut, hier ist gut. Ich cast den weg. Lass ihn ruhig ein bisschen kommen. Weil hier kann ich... Ich habe nicht unendlich Range hier mit. Wir machen das ganz entspannt. Was bringt diese Maske? Mehr Blut-Damage. Also mehr Damage für mein Bild einfach, basically. Oh, schön. Big Damage, aber... Ja, eine Combo noch und dann ist es vorbei. Nice, wichtig. Gute Arbeit, Bro. Okay. Nice, ich habe sie schon bekommen. Ich habe sie bekommen. Geil. Okay, dann war es halt noch der Falsche. Ja, moin. GG's. Okay, wieder rein zu die... Zu dick und doof, Alter. Die beiden Bastarde. Wie nennen wir die? Käpt'n Schnitzel? Käpt'n Schnitzel und Käpt'n Spargel. Und Käpt'n Spargel, ja. Meanwhile kratzt du deine Schlüssel aus. Auch geil. So. Wir dürfen... Wir müssen nicht... Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht beide in die zweite Phase gleichzeitig töten, Bro. Ja. Ja. Ich lese Käpt'n Schnitzel, glaub mir. Meiner ist die zweite Phase, Bro. Okay. Ja, viel Spaß. Dann mach einfach L2. Ich versuch's mal. Digga, sorry, Junge. Auf einmal Golfschläger. Menschlicher Golfschläger, Digga. Ich schaff den, Bro. Das ist die Strap. Ich 100% schaff den so. Oh mein Gott, Bruder. Hab auch einen Schirm, wenn er... Wenn der andere kommt. Ja. Ich guck's mir an. Oh, da musst du raus. Bin, bin, bin. Letzte Phase, gleich rollen. Käpt'n... Käpt'n Schnitzel pennt immer noch. Okay, weiter geht's. Vielleicht können wir den finischen, Bro. Schön, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so crazy. Oh mein Gott. Das ist so crazy. Okay, Käpt'n Schnitzel ist wieder da. Ich mach auch ein bisschen Damage drauf, bis der andere respawnt. Wir sollten den aber retort nicht in die zweite Prügel, Bro. Ne, 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 ne. Hä, aber er beschwört den anderen nicht. Ich glaub, der macht das irgendwann. Jetzt, oder? Ja, jetzt, okay. Okay, jetzt gehst du wieder auf den anderen. Ja. Ich geh nach rechts. Ja, ich geh nach links. Oh, das war knapp. Ich muss vielleicht noch einen Mana-Trank mehr nehmen, denn ich hab mich einen Heiltrank gebraucht. Was ist das? Jetzt werd ich einen brauchen. Oh, nevermind. Oh mein Gott, crazy lag. Meiner ist gleich wieder Phase 2. Kannst du deinen langsam wieder einschlafen? Ja, ja. Ich bin dran. Wir haben den Boss Half-Life-Man, ne? Bro, das ist der beste Try, what the fuck. Ey, Bruder, der kriegt krass Schaden hier. Ich muss Mana poppen. Oh, das war knapp. Nice. Ich schaff ihn sonst auch alleine, Bro. Also, es ist alles gut. Ich mach ihn alleine. Digga, ich bin so on fire. Ich werd sterben. Oh mein Gott, nevermind. Nein, 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 nein. Entspann dich. Oh nein, nein. Oh Gott. Boah, schaut doch an die Leute, die geschrieben haben, zu ihm hinrollen. Ihr seid die Größten. Oh, jetzt bitte heilen. Bitte lass mich heilen. Oh mein Gott, lass mich raus, lass mich raus. Kevin, wir schaffen es. Noch nicht zu früh sagen. Okay, Meiner ist down, Meiner ist down. Okay. Meiner ist gleich eingepennt. Lass den einfach... Mal das dir irgendwie das Wort instant, instant resworn. Perfekt, dann mach einfach weiter. Meiner pennt. Komm her. Scheiße. Ich schau mal auf den Buff rein. Spann dich. Zweite Phase. Scheiße, er hat mich getroffen. Oh, ich muss heilen. Ich muss den Mana-Tran auch nehmen. Er geht auf mich. Er geht auf mich. Wir können hier finishen, Bro. Entspannt, entspannt, entspannt. Scheiße, er hat mich gehittet. Ich hab ihn, ich hab ihn. Du brauchst nix machen. Ja, der müsste down sein, ne? Schön, Bro. Er ist down. Okay, ich geh wieder auf den Dicken. Wir machen das gleich nochmal. Wie viele Ports hast du? Drei Ports, kein Mana. Voll Mana, aber. Okay, dann gehen wir auf den Typen, wenn der spawnt. Der spawnt nur, wenn der dicke. Ich glaub, der spawnt nicht von alleine wieder. Okay. Lass nicht zu crazy greeden und in die zweite Phase hauen. Das wäre mega dumm. Ja. Never change a running system. Okay, ist wieder da. Der war irgendwie auch grad buggy. Ich werde nicht genug Mana haben, Bro. Das musst du dann gleich irgendwie machen, sonst. Alles entspannt, alles entspannt. Keine Ahnung, was das ist. Zweite Phase. Ich hab mal ihn gleich schlafen gelegt. Komm auf, viel zu früh. Okay. Ich bin tot. Nein, sag das nicht. Doch, ich bin tot. Ich auch. Kevin, das ist so dringend. Boah, wir haben den Code geknackt. Wir haben den Code geknackt. Das ist so dringend. Wirklich, wir machen die jetzt. Ab jetzt werden wir nur noch besser. Er pennt. Schön, Bro. Ohne Sleeping Pots bisher. Sehr geil, Bro. Übel gut. Meine Down, schön. Der respawned. Jetzt aufpassen. Und den penne ich jetzt ein, ja? Na, äh. Eigentlich sollten wir den nochmal wegkritten, oder? Okay, ja, ja. Gut. Dann machen wir das nochmal. Ich glaube, wir kriegen den weggekritten und dann den nächsten noch. Chill, ne? Jetzt gut pingpong. Zweite Phase. Böller, Böller, Böller. Böller, Böller, Böller. Böller, 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 Böller. Käpt'n Scheiße, Schnitzel, Pen. Bro, crazy. Geil. Okay, und jetzt einschläfern. Oh mein Gott, mein Mann hat genau gereicht. Jetzt werfe ich Pots auf Käpt'n Spargel. Ja, auf Spargel, auf Spargel. Nein, nein, ich kann den Dicken noch einmal einschläfern, weil der ist ja zweimal. Okay, okay, okay. Okay? Mhm. Wer macht zweite? Zweite Phase. Okay, jetzt gehe ich hinter die Säule. Okay, Digga. Soll ich den Agro übernehmen? Oder hast du's? Okay, du hast es. Schön, Bro. Jetzt er spawnt. Ich muss den annehmen. Er geht auf mich, Bro. Kannst du den Dicken übernehmen? Ja, er pennt. Er pennt. Nice, richtig. Jetzt konzentrier dich, Kevin. Das ist der Try. Er geht auf mich. Er geht auf mich. Er geht auf mich. Ha, ich wusste es, du Arschbebohr. Er geht auf mich. Der zweite Phase. Zweite. Pum, 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 pum. Danach müssen wir Käpt'n Schnitzel wahrscheinlich töten. Ja? Kann sein, ja. Und dann penne ich Spargel ein. Okay. Schön, Bro. Okay, jetzt warten. Noch nicht deinen Auffil. Jetzt den einschläfern. Hab's fast. Ich gebe ihm einen Hit. Einen Hit. Achtung. Jetzt nicht mehr. Nur für extra Damage. Schlaf ein. Ja, er schläft. Er schläft. Okay, jetzt buffen und auf deinen. Ja. Bin range. Er steht auf. Okay, go, 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 go. Wir machen jetzt so Range. Und wenn er rollt, rollt er, ja? Ja. Er rollt. Oh mein Gott, ich brauche den jetzt lecken. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, krank. Okay, konzentrieren wir uns. Okay, jetzt bürsten wir Spargel. Okay? Ja. Warte, warte, warte. Wir müssen jetzt. Go, 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 go. So. Und jetzt wieder beehmt. Jetzt raus, 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 raus. Ich habe übernommen. Er ist meiner. Digga, ich gehe in der Hocke. Er geht zu heute. Ball an, ball an, ball an, ball an. Ball an. Ball an. Let's go. Let's go. Ja. Let's go. Ja. Oh mein fucking Gott. Was ist mit dem jetzt? Wir haben es geschafft, oder? Ey, lass ihn einfach fürs Feeling nochmal killen, bro. Oh mein Gott. Ich glaube, er verschwindet doch eigentlich gleich, oder? Scheiße, ich habe mir die Hand aufgerissen. Bruder, was geht da drüben? Oh, ab. Ach du Scheiße. Oh. Was? Was genau geht da drüben? Warum lebt der Typ noch? Ich weiß nicht. Lass ihn einfach noch killen, bro. Wir haben es zehnmal gemacht. Jetzt können wir uns auch einmal noch mehr machen. Komm, jetzt fick ihn. Fick ihn in seinen ewigen Spargelarsch. Das ist einfach nur für uns persönlich jetzt gerade. Jo. Den ist ein Spargelarsch. Warte, ich lasse ihn noch einmal einschläfern, ja? Die dumme Sau hier frisst Scheiße. Oh, vorbei. Naja. At this point. Ballern, 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 ballern. Zweite Phase, zweite Phase. Ballern, ballern, ballern. Zweite Phase, go, 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 go. Komm, gönn, gönn, gönn. Jetzt nicht greedy werden, Kevin. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Digger, hier. Sorry, ich habe nicht umgeschaltet. Okay, jetzt. Hier war einfach nochmal Spargel. Wir machen es nochmal. Alter. Oh, mein Gott. Let's fucking go. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir schon so weit waren. Ich war so in der Zone. Digger, das ist geil. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Alter, let's fucking go. Digger, das war so krank. Oh, mein Gott. 3,4 Mio sehen, bro. Let's go. Das war einfach Gaming-History, man. Hat das schon mal jemand, hat das schon mal irgend so ein Mainstream-Variety-Streamer geschafft? Ja, ich meine, Ellenring-Schwitzer gibt es Loch und Löcher, ja? Die den ganzen Tag nur Ellenring zocken. Aber haben wir so zwei Vollidioten wie wir sowas geschafft, Alter? Das würde ich gerne mal, nnen 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 nnen. Das würde ich gerne mal wissen. Okay, ich guck kurz. Das würde ich wirklich mal wissen, Alter. Guck mal nach im Wiki von Ellenring. Will, wir vielleicht kannst du mal kurz mal gucken. Ich guck ganz kurz, was du mir geschickt hast für Stats. Und dann skid ich kurz. Oh, direkt wieder im Modus. Ich brauch erst mal fünf Minuten Pause. Nein, wir haben keine Zeit für Pause, bro. Digga. Ach du Scheiße, ey. Okay. Stark, bro. Ey, wirklich, ich bin sehr stolz auf uns. Digga, das ist krass. Ich hol mir wirklich kurz was zu trinken, ja. Junge, let's fucking go. Ey, ich kann nicht. Ey, ich hab zwischenzeitlich, ich hab nie gezweifelt, so. Aber ich dachte so, okay, wir werden wahrscheinlich noch sehr lang brauchen. Bro, Heno, ich sag dir ehrlich, hol erst mal dein Wasser. Vor allem bei den Sleeping Pots, die auch alle wurden. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott, hol dein Wasser, bro. Ey, ich sag euch ehrlich, Chad, als wir hier reingegangen sind, in diesen Raum. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich meinte, wie soll wir es machen? Und guck dir uns an. Ich, wie ich es immer sage bei Ellen Ring, am Ende des Tages, du fragst dich, wie sollst du es machen und am Ende machst du es. Man kann alles schaffen. Ich hab alles, was ich angefangen habe, ich geschafft in Ellen Ring. Immer. Und na und, dann hat es mal 12 Stunden gedauert. Juckt. Okay, aber was ich sagen wollte, ich glaube, der Einzige, der jetzt noch krass reinhaut, ist der Nächste. Der Nächste wird crazy, bro. Okay, dann hau rein, dir noch einen schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen, Bruder. Tschüssi. Ciao, ciao.